Also ich mache hier über Ein- und Ausgang bei den Mining Turtles erstmal so ein kleines provisorisches Haus, damit da keine Creeper und so weiter reinkommen. Wenn Marc das nächste Mal wieder da ist, kann er es ausbessern, der ist ja hier unsere Bauschlampe sozusagen. Ja, ach da oben meinst du jetzt oder was, was er gebaut hat oder wie? Nein, das, wo wir jetzt, über den Mining Turtles. Ach, das Ding da, was du meintest, okay, alles klar. Wo der Ein- und Ausgang ist, den wir gerade noch gebaut haben. Da habe ich jetzt so ein kleines provisorisches Haus gemacht. Ja, das ist okay. Ach, scheiße. So, das nervt mich jetzt. Flo? Ja? Kannst du mir gerade mal einen Gefallen tun und mir Schienen und dann diese schnellen Schienen da machen. Wart mal, ich brauche mal ein paar von den Dingern. Ja, komm mal her, komm mal her. Ne, es reicht schon, reicht schon. Ich brauche eigentlich nur ein Papier für. Ich habe zum Beispiel mein... Ah, der macht mich. Ja, Flo, möchtest du machen, Schienen? Ich weiß halt nicht, wie ich gehe. Ja, Mavco, Mavco sagt dir gleich, nach was du craften musst, da kannst du die Nummer eingeben auch. Ich muss jetzt, eigentlich wollte ich jetzt erstmal schnell die Bücherregale machen, damit ich mir nachher kein Teil leveln kann, weil ich meine ganzen Level verloren habe. Diese fucking Creeper, ey, die gehen mir so auf den Sack, ernsthaft. Oh. Ja, die haben jetzt hier schon wieder alles in die Luft gesprengt. Hör ich da jetzt gerade feuchtig Mutti? Hä? Da höre ich gerade Mutti. Mutti, wir haben mal zurückgeprengt. Habt ihr noch irgendwo Leder? Ja, ich glaube unten in der Kiste, irgendwo haben wir noch 39 Stück. Wir brauchen ganz dringend Leder. Ich habe ein Leder gefunden. Hilft dir wahrscheinlich auch nicht weiter. Hier, 23, komm her, ich habe 24 Leder für dich. Gut, ich bräuchte so 64. Und ich kann dir noch zwei. Keiner Tipp, wenn ihr... Ich habe 48 Leder und zwei Bücher. Perfekt. Wo bist du? Ja. Na, dann, bleib doch mal stehen, Mann. Das heißt, da will ich aber nicht. Ja, das ist mir egal. Lass dich da jetzt liegen. Lass dich da jetzt liegen. Lass dich da jetzt liegen. Hier oben ist auch noch ein Buch. Hier. Lass dich da jetzt liegen. Ja. Hast du? Das Buch war beim Essen drin. Weiß ich, Rezeptblock oder so? Keine Ahnung. Ja. Kleiner Tipp, wenn ihr hier... Warte mal, hier ist noch zweimal Leder drin. Guck mal, ich gebe es dir auch nochmal raus. Ja, kleiner Tipp, kannst du mir jetzt erzählen. Ich höre dir wieder zu. Wenn ihr bei uns... Hey, da liegt noch Leder. Da liegt noch Leder. Ach komm, ich schmeiß es dir zu. Jetzt ist es auch... Nein. Nein, ich war die ganze Zeit hier dran. Ich war die ganze Zeit hier dran. Ja, kleiner Tipp, wenn wir hier... Bei unserem Minen... Dings jetzt hier. Wo der Wasser... Wo der Wasserfallzug ist. Dings da, wo man runterfällt und im Wasser... Du bist ganz schön häufig hin und her. Du musst mal irgendwie gucken, dass du relativ nah am Mikro bleibst. Sorry, aber irgendwie... So, besser jetzt? Ja, 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 ja. Ja, ja, klar. Also, wenn ihr im Wasser seid und ganz kurz Leertaste drückt, bekommt ihr gar keinen falschen Schaden mehr. Okay. Also, es wird nicht ausprobieren. Jetzt habe ich die Teile, die ich gerade bauen wollte, runtergeschmissen. Ernsthaft? Ich habe hier den ganzen Scheiß hoch. Ist das jetzt eine Frage, oder was? Nein, das war eine Antwort. Ernsthaft? So. Gut, 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 gut. Es kann losgehen. Och, jetzt ist es. Wollen wir schlafen gehen? Oder wo bist du? So, Level 30 ist möglich und ich kriege eigentlich einen Kotzkrampf. Warum? Weil ich es nicht machen kann. Mal Level 34. Was ist das Problem? Ist egal. Nee, aber wie viel Level hast du nur noch? 5. Und wie viel Bücher, also wie viel ist Maximum jetzt möglich? 30. Ist möglich, ja? Nee. Wie viel ist jetzt möglich, Mann? 30. Und wie viel ist das Problem? Howdy. 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 Muss man selbst gucken. Afro, was bist du denn? Ja, ja. Du hast gewonnen. Du Arsch. Yay. Ist ja krass, Alter. Topfstory. Mal gucken, was das Maximum ist, was ich hier gerade rausholen kann. Ich wollte die 15. Nehmt mal die Schärfe 2. Wo ist der Mafco? Lohnt es sich überhaupt schlafen zu gehen? Ah, ich komme sofort zurück. Wo ist denn sofort? Ich will jetzt nicht mich ins Bett legen und warten, bis mal Afro kommt, das ist doch kacke. Wo bist du denn jetzt? Immer noch am fliegen oder nicht mehr? Na, ich fliege jetzt los. Kannst du überhaupt fliegen? Ja, ich kann fliegen. Das Haus ist nur noch 100 Meter entfernt, das heißt. Okay. Sag mal, bringt deine Wasserkraft überhaupt irgendwas? Was? Ich wurde gekickt? Vielleicht ist es noch den Tablet on the server? Was war der Scheiß? Wow. Oh, und dann komme ich rein und kriege der Befallsschaden. Oh, das kenne ich mit dem Fliegen. Flying is not enabled on the server. Fuck you. Und ich bin gerade vor dem Berg, wo wir unser Haus drin haben. Komm her. Ach. So, bin da. Natürlich scheiße mit dem Fliegen. Das hatte ich letztes Mal auch gehabt. Wenn du zu lange fliegst, anscheinend wirst du gekickt. Musst du mal enablen on the server. Vielleicht. Ich habe schon gewonnen, das bringt nichts mehr, jetzt zu schreiben. Na, ich bin wenigstens nicht letzter, wie Marvko. So. Jetzt werde ich mal das machen, was ich machen wollte. Und zwar die Turtles wieder richtig zum Arbeiten bringen. Wollen wir denn jetzt, wollen, meine Fresse. Wollen wir die jetzt alle in eine Richtung laufen lassen, oder? Ja. Okay. Wobei, ich kümmere mich vorher mal noch um das Knochenmehl. Äh, um die Plantage. Ich habe da übrigens in der Nacht noch ein bisschen geklaut. Oh, kriege ich da hier weg. Ja, ja. Ja, gerne mehr von dir. Ja, der Pirat halt. Also, Vorräte sind nun mal das Wichtigste auf hoher See. Nicht wahr? Wir finden hier jetzt so ein bisschen diesen Shader-Mod. Ist geil, oder? Oh, mein Gott. Ja. Bei dem Texture Pack hatte ich noch nie ausprobiert. Sieht richtig nice aus. War aufgewirkt, hast du den genommen. Hast du mit oder ohne Shader? Ich habe ohne Shader, weil ich habe sonst Angst, dass mein PC schmiert oder so. Naja. Aber der PC wird, glaube ich, stehen bleiben. Dass ich keine Sorgen habe. Okay, der war flach, aber. Kann mir mal einer sagen, wo der Eingang in dein scheiß Häuschen ist? Du hast keinen Eingang in dein scheiß Häuschen. Doch, ich habe da an einer Seite nur einen Block gesetzt. Ja, ein scheiß Häuschen? Das ist doch kein Eingang. Ich will auch ein scheiß Häuschen. Ich weiß, mir hat noch eine Tür gefehlt. Gibt es da nur ein Plumpsklo oder ein richtiges Dixi? Ein richtiges Dixi. Weil hier unten ist ja Wasser. Wo muss ich reinspringen? Da, wo die Leitern sind oder in das andere? Ins rechte. Ich spring lieber da rein, wo die Leitern sind. Da, wo die Leitern sind oder nicht? Da wartet die Überraschung auf dich. Da, wo nicht die Leitern sind, sondern im Wasser ganz kurz einfach. Aua. Der Taste drücken, dann bekommst du keinen Schal. Ja, habe ich schon. Scheiße. Aber du sprichst einfach runter, beginnst Selbstmord. Ich beginne Selbstmord. Du hast so recht. Ja, ich sage ja immer, desto mehr Selbstmord es gibt, desto weniger er gibt es. Nee, das ist aber die Wahrheit. CP. Wer hast du das zugeworden? Ähm. Aaaaaah. Rom? Jetzt ertrink ich im Wasser. Scheiße, Mann. Jetzt weiß ich gar nicht, welches es war. LS. CD rum. LS. Programs. Achso. Aaaaaah. CD Programs. LS. Turtle. Welcher Arsch hat eigentlich gerade meinen ganzen Level aufgehoben? Ich war es nicht. Ich habe so wenig gehabt. Nein, was am... Ja, der andere ist jetzt auch tot, also hast du... Unser aller Level. Warum habe ich eure aller Level? Welche, als ich meine verloren habe. Ja, oder wenn jemand anderes was verliert. Du kriegst vielleicht maximal zwei Level dazu, das war's. Ich schaffe es noch, dich zu treuen hier. Ich schaffe es, dass ich dich noch aus dem... Halt jemand Holz von euch beiden? Was ist? Deiner von euch beiden Holz. Der hat mich gehauen. Nein. Nee, habe ich nicht. Doch, habe ich. Hier. Wenn es verbrennt... Aua. Aua. Alter. Alter, willst du... Alter. Was macht ihr denn da? Alle meine Sachen sind verbrannt. What the fuck? Darunter waren auch 19 Diamanten. Habt ihr jetzt gerade gegeneinander gezockt und habt ihr unten die Erde weggehauen? Nein. Nein, irgendwer hat mir irgendwas weggehauen und dann bin ich in Lava gefallen und war tot. Ja, Marvco hat ihr gerade hinterher geguckt. Was? Nein. Ich habe dir hinterher geguckt, ja, aber weil der da plötzlich reingefallen ist. Ja, aber wie entsteht da denn bitte plötzlich ein Loch? Weiß ich doch nicht. Naja, irgendwie muss unter dir gerade ein Stück Erde weggeflogen sein. Ja, sicher, das passiert auch einfach so. Und ich weiß, dass jemand dafür sehr bekannt ist. Zu trollen. Aber das soll jetzt kein Vorwurf sein, Marvco. Also hier oben ging es immer Sitzgänge gesetzt. Boah. Ne. Scheiße, Mann, ey. Zweimal deine Aufnahme. Das ist schon übel. Vor allem die ganzen Sachen, die du hattest, oder? Ja, ich hatte ganz schön viel Sachen. Ah. Und da haben dann halt noch 19 Diamanten. Och, Mann. Ich wollte dann doch einfach so ein Lavateil weg. Ja, Marvco war das gewesen. Mit hundertprozentiger Sicherheit. Und da steht nicht mal dazu, was ich zum Kotzen finde. Marvco, dann sag doch wenigstens, dass du das warst. Äh, was? Hat irgendjemand noch Stein? Du sollst sagen, dass du gerade was weggebaut hast. Wow. Ey, ich hau den gleich. Hör auf, Mann, ich hab genug Steine. Marvco, wie kann es denn sein, dass unter ihm gerade Erde weggeflogen war? Ja, was weiß ich. Ja, was weißt du? Hä? Ach, egal. Was soll's. Das passiert nicht so oft. No such fail, Alter. Leck mich doch. Warum? CD-Disc. LS. Tunnel. Also Tunnel? Fragezeichen. Och, nein. Hör doch auf jetzt. Echt. Gehen wir doch nicht offen. Lass mich raten. Das ist jetzt Fragezeichen, weil da wieder irgendein blöder Fehler war. Lass mich raten. Lass mich raten. Lass mich raten. Ja, du erfassen, Mann. Komm her, du Homo. Ich töne mich nicht, Mann. Was soll ich, ich weiß. LS. CD-Disc. LS. Tunnel? Fragezeichen. Copy. Tunnel? Fragezeichen zu Tunnel. Wenn das richtig ist. Oder heißt es Move? So, jetzt war ich es. So. Scheiße. Ach, schade, dass ich kein Admin bin. Warum? Was macht ihr jetzt? Was tollt ihr da eigentlich überhaupt um die ganze Zeit? Ich hab nichts gemacht. Ich bin gestorben. Dann hab ich ihm den Eingang verbaut und dann hat er mich getötet. Ich bin auf sehr mysteriöse Weise, aber egal. Ich fang jetzt mein eigenes Leben an. Ich zieh jetzt von hier weg. Och Mensch. Also aus irgendeinem Grund kann ich gerade nicht mehr von der Diskette kopfschieren. Ich konnte mich an diesen Lebensstandard nicht gewöhnen. Habe ich noch ein Computer bei? Ach komm, was ist denn scheiße hier zu stehen? Ganz ehrlich. Ach man, gehen wir doch nicht mit dem blöden Fliegen hier auf den Sack, echt. Nur Fliegen ist schön. Hey, 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 hey. Ja, was macht der denn jetzt hier gerade? Na, ich baue jetzt die Farm weiter, weil ich jetzt beleidigt bin. Ich baue gerade einen Bahnhof nach uns zuhause, damit wir ja nicht immer den Scheißweg hier fliegen müssen. Du kannst ja noch die ganzen Sachen wieder bauen, die du gerade eben zerstört hast. Was hatte der denn alles? Jetpack, ne, nur? Ja, und 19 Diamanten und sowas, ja. Die findet man ja schnell. Ist ja alles kein Problem. Nicht in den Zeiten von Techit. Genau wie 10 Smaragde. Aber ist kein Problem. Aber einfach mal zwei Sticks Eisen. Pass hier. Ist da jemand gerade angepisst? Überhaupt nicht. Ich kenne das.